Hallo und herzlich willkommen eher zu einer kleinen Fragerunde oder Frage an euch und zwar, ich hab mir die Stadt jetzt mal genauer noch angesehen und ja, sie ist ja nicht perfekt, das wissen wir ähm, jetzt stellt sich für mich die Frage, sollen wir hier weitermachen oder hätte der Bock auf eine neue Stadt denn ich hätte wirklich Lust, ähm nochmal neu anzufangen vielleicht auch mit einer Map, wo ich runterlade, also keine Standardmap oder so und dann einfach von Null nochmal anfangen ist ja auch der Patch rausgekommen mit mehr europäischen Gebäuden und ich weiß gar nicht was alles, aber dass man vielleicht irgendwie einfach neu anfängt und sagt, gut, die Stadt hier läuft wir nehmen als Bürgermeister unseren Hut, die Stadt hat genug Geld, wir können ruhigen gewissens weggehen und kann anderer Sicherung kümmern und wir ziehen in eine andere Stadt und versuchen unser Glück erneut ähm, könnt ihr mal mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet wir haben ja, hoffe ich zumindest einiges gelernt hier in dieser Stadt wie man was macht und ja deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir mit einer neuen Stadt vielleicht ein paar Probleme weniger haben werden versprechen kann ich es natürlich nicht ich sehe hier hinten haben wir keinen Strom ach so, das waren die U-Bahnen genau ähm aber versuchen könnten wir es schreibt mir es einfach in die Kommentare was ihr davon haltet oder ob ihr wollt, dass wir hier weitermachen ich werde mir das Ganze durchlesen und dann werden wir sehen, was wir tun gut das war es dann heute auch schon danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal haut rein ciao